Okay, wollen wir den Cooking-Pot behalten? Ich habe nämlich einen. Den Cooking-Pot? Ja, behalten wir also, ob wir jetzt eine Pfanne haben, oder? Ja, ich hätte dann jetzt beides genommen. Achso, ich hätte jetzt gesagt, eins reicht. Ich habe dann noch ein weißes Knicklicht, ein weißes und ein blaues. Ich würde jetzt zu gern mal meine Magnum ausprobieren. Ich hätte auch ein Ziel. Ein Zombie. Da läuft ein Zombie, beziehungsweise er schleicht. Aber ich möchte uns nicht unbedingt verraten. Nee. Die Handschellen kann man mal rausschmeißen, die brauchen wir ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist. Was ich alles mitgenommen habe. So, dann machen wir das mal so. Ich habe noch ein Badly Damaged Portable Gaslamp. Ich fress mal noch grad die Open-Can-Tuna. Eat. Oh, mach das mal. Ich bin hydrated und energised. Ich bin hungry und mir ist kalt. Was war das denn? Das war mein Smartphone. Ein Smartphone. Mein Smartphone. Könnt wir vielleicht auch mal etwas abschalten, ne? Komm, was brauchen wir und nicht. Ich habe auf Steam was verkauft. Ich verkaufe immer die Sammelkarten, die ich mir spiele. Die verkaufe ich immer. Für sage und schreibe 4 oder 5 Cent. Wow. Wer kauft denn sowas? Weiß es nicht. Mir prinzipiell auch egal. Also ich habe 180, 360, 360 Schuss für ein Maschinengewehr dabei. Und dann nochmal 30 Schuss für eine AK-47. Ich habe aber weder das eine noch das andere Gewehr. Hier sind 9 Millimeter. Die kann ich leider nicht. Oder? Und 3-57er. Ja, die würde ich gerne mitnehmen. Oh ja, die kann ich auch mitnehmen. 30 Stück sind da drin. Die kann ich auch mitnehmen, weil die sind für die Magnum. Ich lege die mal in den roten Rucksack rein, ne? Okay. Nicht, dass sie wieder hier irgendwo durchfallen oder so. Hm, ne Batterie. Leak. Die Batterie fühlt sich voll verabschiedet. Ja, super. Ich hoffe, es hat geschmeckt. So. Jetzt bin ich... Oh, mir ist es gar nicht mehr warm. Äh, kalt. Irgendwie ist durch das Essen das Kalte weggegangen. Hm, das ist auch nicht schlecht. Ähm, dann mache ich mal die Sardinen auf. Weil ich bin immer noch hungrig. Ich war nämlich eben am Starven. Am Starven? Voll am Starven, ey. Ich habe eine Taschenlampe, aber keine Batterie mehr dabei. Naja. Komm, ich teste jetzt mal das Piff-Paff da. So, ihr könnt gleich ganz laut knallen. Ah, jetzt ist der Zombie weggelaufen. Also, findest du doch bestimmt noch irgendeinen anderen. Naja. Wieder wegpacken, wieder hinlegen. Leg dich bitte wieder hin. Irgendwie fehlt manchmal die... Der Sound vom Kauen. Ich habe so viel... Das ist so viel... Es ist alles voll hier. Das ist so... Mano. Ey, das ist... Wir sind gleich bestimmt tot. Ja, das würde mich nicht wundern. So, ich gehe mal wieder nach unten. Ja. Ich... Hast du eine Idee, wo wir hingehen wollen? Ähm, ich habe jetzt auch gerade gar nicht die Karte offen und so. Ich würde mal sagen, wir laufen einfach mal irgendwo hin. Oder? Ja. Da unten läuft ein Zombie lang, oder? Wo, da unten? Gras oder Straße? Ja, Gras. Pfff, auf dem Gras. Nein, 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 nein. Was geht ab? Nicht runterfallen. Ja. Ich habe... Da kommt einer angerannt, ein Zombie. Aber hinten irgendwo hinterm Gitter. Ähm. Ja, kann ich sehen. Aber warum kommt der angerannt? Hat der uns etwa gesehen? Und der andere auch noch. Aber was wollte ich mir jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ach, da stehen sie und lauern auf uns. Die Dreckschweine. Ich habe das Gefühl, dass es mehr Zombies gibt. Das kann... ...durchaus möglich sein. Ich gehe mal nach unten in der Hoffnung, dass ich... ...von meine Pistole gebrauchen habe. Ach, da steht auch ein Zombie. Ja, jetzt ist er weggerannt. Das ist meine Chance, nach unten zu gehen. Uiuiuiuiuiui. Brauchst du Hilfe? Mein Gott, Güte. Ich bin Dirty Harry. Dann kann man denn noch weiter nach unten gehen. Äh, da gibt es noch eine Leiter. Ich bin jetzt irgendwie auf dem Vordach. Ich komme mal auf die andere Seite in der Hoffnung, dass ich nicht erschossen werde. Weil ich geschossen habe. Ich habe nichts gehört. Aber das ist ja sowieso ein bisschen am Rumpacken. Du bist jetzt auf dem Vordach. Ich sehe gar kein Vordach oder nichts, was irgendwie... Da unten bist du gerade rumgelaufen, glaube ich. Oua. Ich bin jetzt... Wunst du schon wieder? Ja, ich sehe dich. Äh, ich bin oberhalb von den... Ähm... Garagendingern. Von den Toren. Also das mit dem Bluten, Hansa... Ach, da. Da, okay. Wie bist du da hingekommen? Ja, da ist eine Leiter. Oder gibt es hier noch irgendwo eine? Äh, warte mal. Komm mal gerannt, weil ich höre schon wieder einen Zombie. Ja. Uh. Die ist auch mal verdammt schnell. Ach, hier hinten ist noch eine. Ah, okay. Komm her. Komm her. Oh. Du bist doch gerade am Campen, ne? Ja, bin ich. Ich komme hier gerade die Leiter runter. Pop. Ach, das mit dem Video haben sie immer noch nicht hinbekommen. Nee. Schrecklich. Ja. Binärsprache. Ja, nee, ja. So. Ähm, I'm slowly warming up. Was sagt denn hier alles? Ich bin einfach alles ganz normal. Mit Knifte rumlaufen oder ohne? Ich behalte mal meine Magnum. Dann laufe ich hier mit dem Gewehr rum. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich nicht vielleicht nochmal nachladen sollte. Äh. Magnum ist already full. Wenn wir jemanden sehen, einfach drauf schießen, ne? Ja. Gut. Erst schießen, dann Fragen stellen. Ja. Darf ich sie looten, wenn sie bluten? Das war von Rocket Beans. Das war von Rocket Beans. Das ist... Es gibt auch noch neue Städte, habe ich gesehen. Also Dörfer oder? Ja, sogar mehrere. Ja. Also da kamen... Mit dem letzten kamen, glaube ich, nochmal vier oder fünf dazu. Ja, genau. Und davor schon mal zwei oder drei. Okay. Ich gehe da jetzt mal in das Haus gegenüber. Ich komme mit. Gerade mal... Also wenn ich hier irgendwo safe bin, muss ich mal gucken. Wie das überhaupt aussieht. Kill mich doch. Akira, Pussycat, Proll, Vergewaltiger. Okay. Machst du da. Ich versuche... Ich habe irgendwas gelesen von Barrikaden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das... Nee, ich glaube, das war nur abschließend von Sachen. Ach, guck mal! Weißt du das denn? Aha! Aber, äh... Mit dem Schlagring... Wie oft bist du denn auf Distanz gekommen, um jemanden zu boxen? Vor allem Zombies. Also, wenn sie schon eine Axt ein paar Mal draufschlagen mussten, wie lange willst du dann mit dem da drauf einhämmern? Gut, bislang musste ich mit der Axt nur einmal draufschlagen. Hier liegt ein Hut. Hier liegt ein Hut. Ein Hut. Hier liegt so viel... So viel Zeugs liegt hier. Oh, Bajonett. Könnte vielleicht für dich interessant sein. Ich habe einen Zombie gehört. Draußen. Da läuft auch einer. Hier liegt ein Bajonett. Das könnte für dich interessant sein. Ja. Auf... Auf dem Kühlschrank. Ich bin auf den Zombie am warten, irgendwie. Habt ihn schon erledigt. Hier sind noch zwei. Ich blute schon wieder. Das gibt's noch nicht. Hast du noch was? Also, Racken-Message? Sonst, sonst nix mehr. Aber ich glaube, hier liegen... Hier liegen nur Schuhe. Aber ich habe einen Verbandkasten dabei. Oh. Vielleicht... Ja, Jus. Okay. Ten Spaghetti. Ich bin am verbinden. Sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall... Blue-checked-Wool-Code. Dann schmeiße ich das hier weg. Ähm, musst du jetzt... Hier ist eine Weapon-Flasht. Ich komme nicht mehr an den Zombie vorbei. Ich muss ums Haus drum herumlaufen. Das ist unfassbar. Ich muss ums Haus drum herumlaufen, weil die Zombies mir den Weg blockieren. Das war aber vorher noch nicht, dass die Dings hatten, ne? Wir konnten einfach nur durchlaufen durch die Zombies. Ja, ja. Kommt mal. Was ist das denn? Was wird da? Das ist kaputt. Das habe ich dahin geschmissen. Hm. So, und Bajonit? Ja, das ist ein SKS-Bajonit. So. Ich habe aber nur Mosin. Und ich habe... Die letzte Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer Mosin gesagt habe, anstatt Mosin. Oder wie das Ding auch immer heißt. Keine Ahnung. Also, auf die Magnum geht die Flashlight noch nicht. Schade. Aber ich habe hier noch ne... Ne Shotgun. Shotgun. Aber man konnte doch... die Leichen verstecken, oder? Egal. Lass mal weitergehen. Ja. Sagt er und blieb stehen. Ich habe mir jetzt so einen Wollmantel angezogen. und in den Wollmantel mein kaputtes Regencape reingetan. Mein Gott, bist du laut. Okay. Ich würde da die Straße lang. Ich werde mal dafür, dass wir T-Shirts oder so finden. Ja, die wir auseinanderreißen können. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ich gehe schon mal nach oben, ne? Ja. Das Tactical Bacon. Der taktische Speck. Das ist schon wieder ne... ne Schweißermaske. Und was zu trinken. Oh, hier liegt ja ganz viel Zeug rum. Gray Hoodie, Brown Hoodie. Kann man die zerreißen? Tear into Rags. Und nochmal Tear into Rags. Willst du... Willst du Rags haben? Äh, ich habe noch ein paar in meinem... in meinem Rucksack... Okay. ...gefunden. Ne, ich bleib bei meinem orangenen Rucksack. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rum... dödeln. Mein Gott, habe ich mich gerade eben verschrocken, genau. Warum? Ich habe meinen Schatten für jemand anders gehalten. So. Gegenüber in das Haus? Aber gut, ich meine... alle müssen wir ja nicht abklappern. Alle Häuser. Ist ja gut, Rags haben wir ja schon mal. Da stehen ja überall die Türen offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, dann alles abzusuchen. Ich würde mal sagen, wir gehen da in den... in den Laden mal rein. Da liegt auch noch ein bisschen was rum. Also es gibt auf jeden Fall mehr Loot. Habe ich das Gefühl. Ja. Portable Gas Lamp. Nö. Irgendwie kratzt meine Maus ein bisschen. Brecheisen, das ist jetzt, glaube ich, das zwölfte Brecheisen, das ich sehe. Und sau viele, ähm, Feuerlöscher. Ja. Allein in der Feuerwehr waren wir schon zehn Stück oder so, aber na gut, das ist halt ein Feuerwehr. Ja, was ja auch Sinn macht, ne? Was ist das? Da gibt es Hosen. Ein Helm. Brown Jeans. Was habe ich? Cargo Pants. Die sind auch noch Pristine. Das ist ein gelbes Knicklicht. Ich habe schon... Hier liegt irgendwas. Bestimmt eine Batterie. Ja. Was siehst du? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist blaues Licht. Was macht das? Das leuchtet blau. Oh, hier ist noch jede Menge Zeug. Ja? Also ein bisschen nach oben, oder was? Ich bin eins nach oben. Hier ist schon wieder ein Feuerlöscher. Eine Sichel. Hier ist ein zerfleddertes Buch. Ist das ein Walkie-Talkie? Was ist das denn? Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Sogar zwei. Oh, hier ist so ein 75er Magazin. So eine Trommel. So viel für... Für AK-Type Assault Rifles. 67x39 Millimeter. Kann ich das bei mir dran machen? Nö. Nee. Man könnte es ja mal probieren! Was haben wir da oben? Ein rotes Klicklicht? Klicklicht. Das ist hier so ein komischer Sack. Den ziehe ich mir aber nicht nochmal über. Denk dran, das ist... Das war alles früher. Ja. Oh, grüne Farbe. Da mache ich mal meine Axt grün. Könnte ich auch meinen Helden grün machen? Ich meine schon. Tatsächlich. Ja, ich habe meinen Helden grün gemacht. Wo bist du? Wo ist denn die Farbe? Hier bei der Treppe. Ja, warte. Oh, guck mal. Ein Erste-Hilfe-Kästchen. Ja, ja. Die sind aber leider leer. Ach, ficken. Was ist das? Ein Walkie-Talkie. Blaues Knicklicht. Shotgun-Munition. Ich werde wahnsinnig. Ja, das ist ja hier... Die sind bestimmt total... Wenn wir auf jemanden treffen, dann sind wir sowieso so... Ich weiß, was du meinst, ja. Sowieso tot. 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 Inspekt. Hast du... Cancer-Dien.